Hallo Herr Nüsser, Köln ist ja nicht nur Medien- und Wissenschaftsstandort, sondern auch ein Wirtschaftshub. Und wir befinden uns hier im historischen Gürzenich aus dem 14. Jahrhundert inmitten von Köln. Und während wir uns unterhalten, findet gerade nebenan eine hybride Verbandsveranstaltung statt. Wie haben Sie das in den letzten Monaten ermöglicht? Wir haben durch intensive Gespräche und Beratung unserer Bestands- und Neukunden einfach die Möglichkeit genutzt, die digitalen Möglichkeiten für hybride und digitale Veranstaltungen, aber unter Wahrung der, wir nennen es so die zehn Gebote der Hygiene- und Abstandsregeln, zusammenzufassen, aber damit auch weiterhin eine angenehme Atmosphäre in diesem historischen Gebäude zu wahren. Und welche Erkenntnisse oder welches Highlight konnten Sie für sich daraus gewinnen? Wir haben in dieser Zeit sehr schnell gelernt, dass wir auch digitale und hybride Veranstaltungen machen können. Analoge konnten wir vorher schon, aber zu unserer großen Freude brennen die Veranstalter und die Gäste darauf, sich wiederzusehen und Präsenz ist alles. Herr Nüsser, das bringt diesen einen Satz in meinen Kopf. Cologne is ready when you are, wenn Innovation auf Tradition trifft.